Musik Der nächste Schritt, die nächste Möglichkeit oder das nächste Themenfeld hier ist die sogenannte Zwei-Stufen-Konzeption. Die Zwei-Stufen-Konzeption von Begriffen macht eine Beobachtung zunächst, dass nämlich bestimmte abstrakte Begriffe bestenfalls erst nach der Angabe von Kontexten definiert oder charakterisiert werden können. Also Sie können bei bestimmten abstrakten Begriffen, wenn Sie die abstrakt klären wollen, können Sie fast nichts sagen, aber sobald Sie angeben, in welchen Kontexten Sie den Begriff verwenden wollen, dann können Sie viel mehr sagen. Also Beispiel Verfeinerung. Überlegen Sie mal, was eine Verfeinerung ist. Abstrakt. Wenn Sie jetzt versuchen, das abstrakt zu charakterisieren, dann können Sie sowas sagen, etwas Grobem etwas von seiner Grobheit nehmen. Wenn Sie sagen, es feiner machen, dann ist es schon zirkulär, ist schon schlecht. Also Sie müssen irgendwie davon, naja, das Grobe verstehen Sie natürlich nur, wenn Sie wissen, was Feines ist. Also etwas, also, das ist ja nicht besonders erleuchtend. Und Sie können rumüberlegen, was Sie sagen können. Sie können andere Wörter, ja, es differenzieren. Ja, mein Gott, was heißt schon differenzieren? Also Sie können in der Regel rumprobieren, und ich habe wirklich mit diesem Begriff es lang rumprobiert, wenn Sie den abstrakt charakterisieren wollen. Man kann fast nichts sagen. Also von notwendigen und hinreichenden Kriterien, also ganz zu schweigen. Es ist grauenhaft auf der abstrakten Ebene, irgendwas vernünftig zu charakterisieren, was eine Verfeinerung ist. Dabei darf man das Wort fein natürlich gar nicht verwenden. Also nicht dann sagen, etwas Feines noch feiner machen oder sowas. Keine gute Erläuterung. Also, man hat die größten Schwierigkeiten. Wenn Sie aber Kontexte angeben, in denen Sie den Begriff Verfeinerung verwenden wollen, dann können Sie sehr schnell sehr viel sagen. Ich gebe Ihnen nur drei sehr heterogene Kontexte. Eine Soße kochen. Alle von Ihnen, die kochen, wissen, wenn da steht, die Soße verfeinern. Bedeutet das die Zugabe von Sahne? Wenn Sie in Bayern leben, dann ist es die Zugabe von Rahm oder auch in Schwaben. Hier ist es die Zugabe von Sahne oder von Eigelb oder von Wein und dann einkochen lassen. Das ist die typische Weise, wie Sie eine Soße verfeinern. Und jeder, wenn Sie also unter Leuten, die kochen können, wenn Sie gemeinsam herstellen, die Soße hier, die müssen wir noch ein bisschen verfeinern, das kann ja Kognak sein, also ein bisschen verfeinern und sagen, ja, was soll ich denn reingeben? Und das ist völlig klar. Was Sie dann sind, einfach diese drei, vier Sachen, dann noch ein bisschen einkochen lassen, damit die Konsistenz auch wirklich in Ordnung ist, weil sie erst ein bisschen flüssiger wird und so weiter. Jeder weiß dann, was das Verfeinern einer Soße ist. Ein ganz anderer Kontext, der für Sie vielleicht viel relevanter ist, mindestens für die Juniorstudenten, der Schreibstil. Wenn Ihnen Ihr Dozent, Ihre Dozentin, nachdem Sie Ihre Arbeit abgegeben haben, sagen, Sie müssen also Ihren Schreibstil schon etwas verfeinern. Dann sagen Sie, was heißt denn das? Also, nee, Sie sind nicht doof, sondern der war einfach unfreundlich und so reagieren Sie so. Und zum Beispiel, was wir sagen, kürzere Sätze machen, also Grundregeln, kein einziger Satz je über vier Zeilen, sondern da muss ein Punkt dazwischen sein, weniger Passivformen, keine ineinander geschachtelte Relativsätze, was man im Deutschen natürlich machen kann bis zum Umfallen, die Einführung rhetorischer Fragen und, 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 was da alles gibt. Also wenn Sie sagen, Sie müssen einfach ein bisschen an Ihrem Stil arbeiten, Sie müssen Ihren Stil verfeinern, dann können Sie in diesem Kontext davor relativ viel sagen, was zu tun ist. Noch ein anderer Kontext, Sie haben ein optisches Gerät, Sie sind Technikerin oder Physiker oder so was oder Chemiker und haben irgendwelche technischen, optischen Geräte. Was bedeutet ein optisches Gerät verfeinern? Na, Sie müssen das Zeug wahrscheinlich besser justieren, damit Sie irgendwelche Strahlenachsen haben. Die Linsenqualität kann man verbessern, Sie können eine höhere Auflösung von Beugungsgittern haben und, 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 und. Sobald Sie ein spezielles Gerät haben, Sie sagen, das müssen wir jetzt ein bisschen verfeinern, weiß jeder, worum es geht, was dann zu tun ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie sehen jetzt hier, dass die verschiedenen Kontexte dem Wort Verfeinerung sozusagen erst sein Fleisch und Blut geben und dass Sie in den Kontexten sehr genau sagen können, warum das, also was da eine Verfeinerung ist, aber wenn Sie von den Kontexten abstrahieren, dann sind diese Kontexte so heterogen, dass einfach nichts wirklich Gemeinsames übrig bleibt, was sich nennen lässt, sodass der abstrakte Begriff der Verfeinerung wirklich sehr, sehr sozusagen dünn ist. Der sagt fast gar nichts. Sobald Sie in den Kontexte reintun, weiß jeder kompetente Sprecher, worum es geht. Also die Zwei-Stufen-Konzeption, also so nenne ich die einfach, die macht jetzt eben plausibel, warum bestimmte abstrakte Begriffe auf der abstrakten Ebene nicht definierbar sind. Die haben eben nicht so eine dicke, spürbare oder greifbare Bedeutung auf einer abstrakten Ebene, sondern Begriffe funktionieren einfach anders. Die können Sie abstrakt verwenden, dort sagen Sie sehr wenig und sobald Sie sie in den Kontext reintun, dann bekommen die erst ihre sozusagen greifbare und konkrete Bedeutung. Das ist etwas, was in der Sprachphilosophie nicht viel thematisiert worden ist, erstaunlicherweise, obwohl es ein relativ verbreitetes Phänomen ist, aber das mir relativ wichtig scheint, weil man dann sieht, aha, wenn ich auf der abstrakten Ebene keine Definition finde, dann kann das eben daran liegen, dass es so ein Begriff ist, den man erst im Konkreten überhaupt mehr Bedeutung zusprechen kann. Also ob dann in einem bestimmten Kontext der Begriff tatsächlich definierbar wird, ist wieder eine andere Frage. Das kann der Fall sein, muss aber nicht der Fall sein. Aber zunächst mal ist klar, dass man verstehen kann, warum auf einer abstrakten Ebene man mit so einem Begriff relativ wenig machen kann. Denn, also der Grund ist einfach der, dass die im ersten Abschnitt diskutierten Probleme der Definierbarkeit sich innerhalb der Kontexte wiederholen können. Also wenn Sie dann definieren wollen, was ist eine stilistische Verfeinerung, dann kommen Sie wieder in Teufelsküche. Da haben Sie zwar eine lange Liste von Sachen, aber Sie wissen wieder nicht, welche gehören definitorisch zum Begriff der stilistischen Verfeinerung. So, und jetzt ist leider dies hier übrig geblieben. Das ist wirklich ein historisches Dings da. Das liegt daran, weil ich diese Dinge jetzt ausgearbeitet habe, weil ich im Februar zusammen mit einem Künstler einen Workshop mache, wo es um den Kunstbegriff geht. Und deswegen habe ich diese Sachen hier gemacht. Und dann dachte ich mir, die wären auch für die Vorlesung ganz gut. Also streichen Sie vermutlich dieses hier einfach raus. Das habe ich vergessen zu löschen, weil es gestern Abend zu spät war. Gut, also, das ist die Zwei-Stufen-Konzeption, die auch nochmal jetzt ein anderes Licht auf Begriffe wirft, wo auch wieder klar ist, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass Begriffe, dass die Bedeutung von Begriffen etwas ist, was man notwendigerweise in Definitionen fassen kann. Denn wenn Begriffe so diesen Charakter haben wie bei dieser Zwei-Stufen-Konzeption, ist klar, dass das irgendwie auf der abstrakten Ebene gar nicht funktioniert. Dann komme ich jetzt zu dem bedeutendsten, berühmtesten, bekanntesten Alternativentwurf. Das ist der Wittgenstein'sche Entwurf der Familienähnlichkeiten, der in 1953 ist, oder 1952 mit philosophischen Untersuchungen publiziert worden, posthum, aber schon von Wittgenstein in Vorlesungen, seit den 30er Jahren, 40er Jahren behandelt worden. Und das ist ein extrem wichtiger Begriff, den man also wirklich am Anfang des Studiums kennenlernen sollte. Und Wittgenstein spielt das durch am Begriff Spiel. Und es geht jetzt um Folgendes, dass er eben sagt, es gibt keine durchgehenden Merkmale, die allen Spielen zukommen. Sie finden einfach dort nichts, was wirklich hinreicht, ist, dass da man die Spiele irgendwie charakterisieren kann mit Merkmalen. Und wenn Sie jetzt eben mal anschauen, wie groß die Vielfalt der Spiele ist, also eben Kartenspiele, Brettspiele, Passionsmannschaftsspiele, Festspiele, Olympische Spiele, nur den Ball an die Wand werfen. Das ist zum Beispiel auch von Wittgenstein. Ein Kind wirft den Ball an die Wand, das auch, da geht den Hofgut spielen und geht spielen und macht sowas. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Spielen und wenn man diese Vielfalt betrachtet, dann kann einen eben der Mut verlassen, zu glauben, dass es wirklich genügend Merkmale gibt, die allen spielen und nur ihnen zukommen, miteinander, sodass man eine Definition von Spielen finden würde. Spiele weisen eine zu große Vielfalt auf, durchgängende gemeinsame und charakteristische Merkmale gibt es anscheinend nicht. Aber der Begriff des Spiels ist ziemlich klar. Und das ist Wittgensteins Hauptgegenbeispiel gegen diese sokratisch-platonische Definitionslehre, dass er sagt, das stimmt nicht, die Sprache funktioniert einfach anders. Der Begriff hat eine gute Bedeutung und er funktioniert aber irgendwie anders. Er bekommt diese gute Bedeutung nicht deswegen, weil es eine Definition für ihn gibt. Ist der Begriff jetzt eine rhetorische Frage, Sie sehen, ich habe meinen eigenen Text ernst genommen, ab und zu stilistisch eine rhetorische Frage einwerfen. Ist der Begriff Spiel daher unklar, vage oder sogar unbestimmt? Das ist er nach Wittgenstein selbstverständlich nicht, sondern der Begriff ist wunderbar, klar, wir können in den meisten Fällen problemlos davon reden und wir können aber die folgende Beobachtung machen, dass es nämlich verschiedenste Gruppen von Spielen gibt, deren Mitglieder untereinander verschiedenste Ähnlichkeiten aufweisen. Also alle Brettspiele sind miteinander ähnlich, naja, da werden ja immer auf dem Brett gespielt. Alle Kampfspiele sind miteinander untereinander ähnlich, weil wir was mit Kämpfen zu tun haben. Alle Mannschaftsspiele involvieren Mannschaften, alle Einzelspiele involvieren einen Spieler, eine Spielerin. Dann gibt es Spiele mit Gewinnern und Verlierern und es gibt solche Spiele ohne Gewinner und Verlierer. Fast hätte ich jetzt eine Bemerkung gemacht zur Steinerschule. Unterdrücke ich jetzt. Und das überlappt sich hier alles. Diese Spielsorten überlappen sich, sodass man verschiedenste Gruppen mit verschiedenen Ähnlichkeiten feststellen kann. Die weisen also Ähnlichkeiten untereinander aus. Und jetzt sagt Wittgenstein, und so kommt jetzt der Begriff der Familienähnlichkeit ins Spiel, diese Ähnlichkeiten, wie sie die Spiele untereinander haben, diese überlappenden Ähnlichkeiten, das ist wie die Ähnlichkeiten der Mitglieder einer großen Familie. Die schauen auch nicht alle gleich aus, die schauen alle verschieden aus, aber eben, manche haben dann ähnliche Augen, manche ähnliche Nasen, manche einen ähnlichen Mund, manche eine ähnliche Stirn, manche eine ähnliche Statur und die gehören alle zusammen, sie finden aber kein einzelnes Merkmal, das sie alle gemeinsam haben. Sondern die sind einfach über verschiedene Gruppen von Ähnlichkeiten miteinander verbunden und die überkreuzen sich und überlappen sich diese Ähnlichkeiten. Es gibt kein durchgängiges Merkmal, das alle Familienmitglieder besitzen und daher werden diese Mitglieder einer Familie eben durch das zusammengehalten oder bilden eben die Familie durch das, was Wittgenstein dann die Familienähnlichkeit nennt. Es gibt eine ähnliche, eine schöne Metapher dafür, die Wittgenstein auch verwendet. Das ist ein Zusammenhalt, der so ähnlich ist wie der Zusammenhalt eines Fadens. Ein Faden ist nicht, ein langer Faden ist nicht dadurch definiert, dass alle Fasern, die in dem Faden drin sind, von Anfang bis Ende durchlaufen. Sondern die Fasen sind viel kürzer, überlappen sich also. Überlappen sich. Sodass sie, wenn die Fasernlänge, die mittlere Fasernlänge 50 Zentimeter ist und der Faden ist zwei Meter lang, haben sie natürlich am Schluss keine einzige Fase, die auch am Anfang dabei war, sondern die überlappen sich und das gibt dem Faden die Einheit und die Kraft. Das ist einfach dieses Überlappen der einzelnen Merkmale. Sie finden aber keine einzige Phase, die wirklich durchgeht. Das würde eben entsprechen einem Merkmal, das allen zukommt und dann in gewisser Weise die Identität der Sache schaffen würde. Und Wittgenstein sagt, dass eben die Mitglieder dieses Begriffes Spiel oder die Mitglieder einer Familie, die hängen eben so zusammen, wie die Fasern in einem Faden zusammenhängen. Die überlappen sich, so dass das Ganze eine gewisse Festigkeit bekommt, aber es gibt kein durchgängiges Merkmal. So, das Problem ist jetzt, ob, und das ist ein lang diskutiertes Problem, seit ziemlich Anfang Wittgenstein das eingeführt hat, ob die Familienähnlichkeiten zu einigermaßen abgegrenzten Begriffen führen. Reicht diese Theorie dazu aus, plausibel eine Alternative zur Definitionstheorie zu sein? Die Definitionstheorie, wenn Sie hinreichende Merkmale haben, hat eine wunderbare Abgrenzungsfunktionen. Entweder hat etwas alle die notwendigen Merkmale, die miteinander hinreichend sind, dann gehört es zum Begriff oder sonst nicht. Das ist eine klare Sache. Und hier gibt es einfach ein Problem, ob diese Konzeption der Familienähnlichkeiten ausreichend ist. Und die These, die in der Literatur ist und die, glaube ich, ziemlich plausibel ist, dass das möglicherweise nicht ausreicht, jedenfalls in manchen Fällen. Und als Beispiel möchte ich Ihnen sagen, grenzen Sie mal kriegerische Handlungen von Spielen ab. Und zwar speziell, die kriegerischen Handlungen weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten mit einer bestimmten Untergruppe von Spielen auf, nämlich den physischen Kampfspielen. Ja, Boxkampf gibt es auch an den Olympischen und Ringen, aber Boxkampf ist eigentlich noch viel stärker, gibt es auch an Olympischen Spielen, ist demnach ein Spiel, wird zwar nicht Spiel genannt, und da geht es ja auch physisch relativ deutlich zur Sache. Und Sie können jetzt sagen, aha, die kriegerischen Handlungen, die haben eigentlich sehr viele Einzelähnlichkeiten mit den Kampfspielen und die Frage ist, wieso gehören die kriegerischen Handlungen nicht zu den Spielen? Denn die anderen, zum Beispiel die Passiancen, die haben zum Beispiel mit den Kampfspielen relativ wenige Ähnlichkeiten. Ja, da sitzt einer und schaut in den Computer, oder? Also ich meine, wer spielt denn heute nur Passiancen mit Karten, also mit physischen Karten, aber Sie spielen einfach solitär am Computer, statt dann Ihre Bachelorarbeit zu schreiben, statt mit Ihren Enkeln zu spielen, statt sich mit Ihrer Ehefrau zu beschäftigen und ähnliche Dinge. Und da machen Sie also ein Spiel, da spielen Sie ein Spiel und das ist wirklich sehr, sehr verschieden von den physischen Kampfspielen und kriegerische Handlungen würde man sagen, die sind aber viel näher dran, also an solchen Sachen, was dann beim Boxkampf oder sowas passiert. Also die Frage ist, kriegt man über diese Ähnlichkeiten, kriegt man da auch die Abgrenzung von den Sachen, die man nicht bei den Spielen haben will, und man kann hier sagen, dass Sie, diese kriegerischen Handlungen, also mit der Gesamtheit der Spiele durch Familienähnlichkeiten verbunden sind, wie die Großnasige anderer Familien mit den Großnasigen dieser Familie. Auch Sie wissen ja, die Großnasigen, die gibt es ja auch in anderen Familien, die können aber nicht dazu und die Frage, kriege ich die dann, die falschen Großnasigen, raus? Also wie geht die Abgrenzung? Und da hat man das Gefühl dann, das funktioniert mit den Ähnlichkeiten nicht, denn letzten Endes ist alles mit allem irgendwie ähnlich, ja, irgendwie. Solange das nicht spezifiziert ist, finden Sie immer irgendwelche Ähnlichkeiten und dann gibt es hier bei dieser Familienähnlichkeitskonzeption sozusagen kein Ende. Das ufert dann aus und irgendwas, Sie können immer weiteres Ähnliches dran ziehen und Sie bekommen nicht wirklich die Abgrenzung der Begriffe, so wie man sie gerne hätte, weil für uns relativ klar ist in vielen Fällen, ob etwas ein Spiel ist oder ob es kein Spiel ist, also eine richtige Rauferei, das sieht man ja heutzutage kaum mehr auf der Straße, sowas, also ich bedauere das nicht, aber es ist einfach ein Faktum, das ist einfach kein Spiel, sondern als Ernst, aber von einem Boxkampf so im Rinker kaum zu unterscheiden bisweilen, außer dass kein Schiedsrichter da ist. So, also, da haben wir ein Problem und auf dieses Problem antwortet jetzt die nächste Theorie, die Paradigmentheorie. Das ist eine Theorie, die eigentlich aus einem anderen Kontext ist, aus der Wissenschaftstheorie, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, das ist eine Ergänzung der Familienähnlichkeitstheorie aufgrund dieses Problems. Die stammt also von dem Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn 1922 bis 96 und der hat mit dieser Familienähnlichkeitstheorie, der hat gesagt, die hat er gebraucht in seiner Theorie, hat aber gesagt, wir müssen die ergänzen, damit wir diese Abgrenzung zu den Sachen, die nicht dazugehören, auch wirklich bekommen. Und das ist ein relativ einfacher Trick oder eine einfache Sache, die Kuhn sagt, dass nämlich zu den Ähnlichkeiten zwischen den Exemplaren eines Begriffs die Unähnlichkeiten mit Exemplaren benachbarte Begriffe hinzutreten. Also das ist der entscheidende Gedanke, dass zur Bestimmung, ob irgendein Objekt zu einem Begriff dazugehört, es nicht nur braucht die Ähnlichkeiten zu den Mitgliedern, also den anderen Exemplaren des Begriffs, sondern man braucht auch die Unähnlichkeiten zu dem, was er dann nennt, Kontrastklassen, also zu den benachbarten Begriffen. Und ich zeige es Ihnen gleich, wie das geht. Also die zu einer Begriffsextension gehörenden Elemente, das sind also die zu dem Umfang des Begriffes gehörenden Elemente, hatte ich glaube ich in der Logik genannt, Begriffsextension, weiß ich nicht mehr, ansonsten der Begriff Umfang, alles was zu dem Begriff, alle Objekte, die zu dem Begriff dazugehören, die gewinnen diese Zugehörigkeit durch zwei heterogene Dinge, einmal durch ihre untereinander bestehenden Ähnlichkeiten und die zu den Elementen der Nachbarbegriffen bestehenden Unähnlichkeiten. Also das wird immer dazugenommen, es wird zugleich die Ähnlichkeit zu den Begriffen, also zu den Elementen, die zu dem Begriff gehören, zusammengenommen mit Unähnlichkeiten zu den Elementen benachbarten Begriffe. Also und entsprechend, und jetzt wird das exemplifiziert, dann verstehen Sie es vielleicht auch erst besser, entsprechend werden Begriffe nicht isoliert, sondern immer in Gruppen gelernt, ist die These von Kuhn bei empirischen Begriffen. Und das Beispiel, das er durchzieht, ist Ente, Gans und Schwan und er stellt sich vor, und das ist jetzt nur modernisiert hier das Beispiel, dass die Lehrerin auf Enten, Gänse und Schwäne hinweist und die Namen nennt, bis der Schüler dies reproduzieren kann. Also die Lehrerin geht in den Zoo, er sagt, das sind die Enten da, und das sind dann dunkle Enten und Gescheckte und Weiße und so, und das hier sind übrigens die Gänse, das sind keine Enten und hier sind übrigens die Schwäne, und derjenige oder diejenige, der den Begriff Enten, Gans und Schwan lernt, muss in der Lage sein, die voneinander zu unterscheiden und die ähnlichen untereinander als ähnlich zu sehen. Also und da wird eben gesagt, schau her, das ist ein Gans, das ist ein Schwan, das ist eine Gans, Gans, Schwan und Ente, und dann muss der Schüler das nachmachen. Und dem Schüler wird aber nicht gesagt, definitorische Merkmale, schau dir mal diese Ente an, es kann von Merkmalen der Objekte explizit gebraucht gemacht werden, ohne dass diese Merkmale definitorischen Charakter erhielten. Es wird gesagt, wenn jemand also dann Enten und Gänse verwechselt, schau doch mal den Hals an, der Hals ist doch von denen viel länger. Und er sagt, ah, ja, stimmt, klar, okay. Und dann werden Kurzhalsige von dem Schüler nicht mehr als Enten bezeichnet. Also das ist eine Möglichkeit, wird aber nicht gesagt, du, du musst jetzt die Definition von Ente auswendig lernen, ja, und da gehört dazu Kurzerhals, maximal 15,3 Zentimeter. Hängt dann auch dann ab vom Entwicklungsstand gerade ab. Also wird alles nicht so gemacht, sondern wir lernen diese Begriffe, so Kuhn, indem wir eben aufmerksam gemacht werden, auf die Ähnlichkeiten, die zwischen den Enten bestehen, den verschiedenen Sorten von Enten und zugleich auf die Unähnlichkeiten, die jetzt von den Enten bestehen, relativ zu den Gänsen und zu den Schwänen. Und dann, wenn man sich dort orientiert hat und irgendwas aufgenommen hat, ist man in der Lage, die Worte Gänse, 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 Ente und Schwan, so zu verwenden, wie die anderen das auch machen, wie die Lehrer oder Lehrerinnen das machen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Also eine Einsicht, die hier draus folgt, die hat dann viele Konsequenzen, also falls diese Theorie richtig ist. Alle Sprecher einer Sprache müssen den gleichen Satz von Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsrelationen verwenden. Also alle müssen, wenn sie gleich reden wollen, die Enten untereinander für ähnlich erkennen und die Enten als verschieden von den Gänsen. Das müssen alle gleich machen, denn sonst reden beginnen sie aneinander vorbeizureden. Aber sie müssen das nicht aufgrund der gleichen Merkmale der Objekte machen. Sie können verschiedene Merkmale nehmen. Also der eine schaut zum Beispiel immer nur auf die Halslänge und die Proportion zur Dicke und ist womöglich deswegen in der Lage, Enten, Schwäne und Gänse voneinander zu unterscheiden. Jemand anders benutzt was vollkommen anderes, schaut nur auf den Gang beispielsweise und ist in der Lage, Enten, Gänse und Schwäne nur aufgrund des Ganges zu unterscheiden. Das sind alles, laut Kuhn ist das so, das sind alles vollkommen legitime und richtige Sachen. Alles worauf es ankommt, ist, dass die Ähnlichkeiten und Unähnlichkeitsrelationen richtig getroffen werden, also richtig, so wie es die Sprachgemeinschaft macht. Wie das der Einzelne realisiert, kann extrem verschieden sein. Dafür kann auch dieses Beispiel mit Hänschen vor Adam und Eva, der unterscheidet wunderbar in der Normalsituation Männern und Frauen, indem er auf die Kleider schaut und ist natürlich dann, wenn die dann nackt sind, er weiß er nicht, wer was ist. Also man kann die unterschiedlichsten Sachen verwenden, das ist jetzt eine Einsicht in diese Paradigmentheorie, die einem dann klar macht, wie individuell verschiedene Sprecher der gleichen Sprache, die sich vollkommen verstehen, dennoch möglicherweise sozusagen ticken, weil sie aufgrund sehr unterschiedlicher Kriterien die Begriffe anwenden, indem sie eben unterschiedliche Merkmale der Objekte nehmen, um die Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsrelationen zu operationalisieren. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil das viele Konsequenzen hat, also dann in der Wissenschaftsphilosophie, wenn man diese Möglichkeit sieht, auch in den Wissenschaften, da gibt es also keine Missverständnisse, sondern im Normalfall ist es eben egal, welche Kriterien man verwendet, um irgendwelche Objekten, Begriffen zuzuordnen, solange man die relevanten Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten richtig erwischt, so wie das in der Sprachgemeinschaft üblich ist. Und das ist natürlich eine sehr interessante Theorie, also ich will das hier nur sagen, da sind wir jetzt natürlich, wenn Sie das anschauen und dann zurückschauen auf die Definitionstheorie, da erscheint einem die Definitionstheorie hoffnungslos primitiv. Das kann ja der Sprache überhaupt nicht gerecht werden, das ist sowas Monolithisches, wo feststehen würde, was die definitorischen Merkmale sind, wenn Sie dann anschauen, jetzt aus dem Licht dieser Theorie, wie zumindest empirisch, also empirische Begriffe funktionieren, nicht nur im Alltag, sondern auch in Wissenschaften, kriegen Sie hier ein viel, viel differenzierteres Bild, Sie kriegen auch den Lernprozess unter, denn so wird dann gelernt, es werden die Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsrelationen gelernt, ohne dass die Merkmale spezifiziert werden und dann kriegen Sie dieses breite Spektrum an Möglichkeiten, wie sich individuelle Sprecher einer Sprache untereinander unterscheiden können. Und das hat, wie gesagt, viele Konsequenzen, die in der Wissenschaftsphilosophie wichtig sind. So, das war jetzt die Paradigmentheorie, das ist also eine Ergänzung der Wittgenstein'schen Theorie, dass dieses eine Element mit der Unähnlichkeit dazugenommen wird und dann gibt es jetzt noch eine weitere Ergänzung und das ist eine empirische Theorie, die von Psychologinnen, vor allen Dingen einer Psychologin entwickelt worden ist, eine empirische Theorie über Begriffe, die von Eleanor Roche entwickelt worden ist, man spricht in der kognitiven Psychologie von der Rochen-Revolution, weil das also erhebliche Einfluss gehabt hat innerhalb der Psychologie und das ist auch hochinteressant und passt jetzt mit den Dingen davor sehr gut zusammen. Es gibt den folgenden empirischen Befund, den Sie sofort in einer Sekunde, zwei Sekunden an sich selber feststellen können, nämlich, dass unterschiedliche Beispielsfälle für einen Begriff diesen Begriff unterschiedlich gut repräsentieren. Also Sie haben irgendeinen Begriff, dann gibt es unterschiedliche Beispiele und die Theorie ist jetzt, dass unterschiedliche Beispiele für diesen Begriff auf unterschiedliche Weise charakteristisch sind. Das ist etwas, wo Sie in der normalen Logik und Sprachphilosophie dafür keinen Platz haben. Wenn etwas ein Mensch ist, dann ist er einfach ein Mensch aus oder ein Hund ist einfach ein Hund. Jeder Hund ist gleich gut als Hund. So, und wenn Sie als Beispiel zu nehmen, wir nehmen den Begriff Tier im Deutschen. Huch, da habe ich ja auch noch was in der Schnelligkeit hier, das gehört natürlich weg, den Begriff Tier. Und wenn Sie jetzt nehmen im Deutschen, wenn wir nehmen gute Repräsentanten, dann ist für Tier, Hund, Katze oder Kuh. Kuh, die sind ungefähr gleich gut. Aber in unserem Kulturkreis ist Motte zum Beispiel natürlich auch ein Tier. Aber es fällt Ihnen nicht als erstes ein, wenn Sie an Tier denken oder Forelle, da denken Sie nicht dran, sondern es ist Hund und Katze. Also wenn Sie normale deutsche Sprecher dann fragen, was ist ein Tier, geben Sie mal Beispiele, dann kommt eben Hund, Katze, Kuh und solches Zeug. Also auf dem Land dann mehr Kühe und je nachdem, wo Sie sind. Aber es kommt nicht Motte. Jemand kommt nicht normalerweise dann mit Motte. Und das zeigt eben, obwohl es unbestritten ist, dass Motten und Forellen auch Tiere sind, ist so, dass so wie wir funktionieren, einfach das nicht so naheliegende Beispiele sind. Und das nennt eben Eleanor Roche diese Graded Structure, also eine Extensionsabstufung. Also es wird nicht geleugnet, dass die nicht in der Extension, also nicht drin wären, also nicht Tiere sind, aber es sind nicht so naheliegende Tiere. Es sind irgendwie so ein bisschen fernliegende Tiere. Und das ist jetzt ein empirischer Befund, dass diese ganze sozusagen philosophische Diskussion eben unvollkommen ist, weil real wir als empirische Gegenstände der Psychologie einfach so eine Graded Structure haben. So organisieren wir, so arbeiten wir mit Begriffen. Und das gilt für die meisten Begriffe. Es gilt sogar, es gibt empirische Untersuchungen, wo man also wirklich überrascht ist, sogar in der Mathematik, wo es gar nicht gelten dürfte, weil da alles überstipulativ wird, auch dort ist es so, dass man es nachschauen kann, also empirische Untersuchungen kann. Und dann, interessant, also es gibt sowohl individuelle Unterschiede, aber es gibt massive kulturelle Unterschiede. Und das ist natürlich klar, wenn Sie von Tieren reden und Sie sind dauernd von unten und Katzen umgeben, reden Sie natürlich davon, wenn Sie dauernd in der Welt der Kinder von Dinosauriern umgeben werden, dann reden Sie, wer ist erst ein Tier, ist ein Dinosaurier zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ich sehe empirische Bestätigung bei mancher Mutter im Saal. Also, und das finden Sie natürlich sozusagen sofort plausibel, wenn es auch empirisch untersucht, man hat also in verschiedenen Ländern Untersuchungen gemacht bezüglich Prototypentheorie und es scheint also so zu sein, dass wir, wenn wir also einfach, wenn man es empirisch untersucht, tatsächlich unsere Begriffe verwenden mit einer Graded Structure, also mit dieser, ich habe es jetzt versucht zu übersetzen als Extensionsabstufung, also wie gesagt, alle diese Elemente gehören in die Extension, sind also Exemplare des Begriffes, aber es gibt eben verschiedene gute, verschiedencharakteristische Exemplare eines Begriffes. Und die Prototypen, deswegen heisst die Theorie auch so, das sind eben besonders gut passende Beispielsfälle für den Begriff. Also das sind die Prototypen, sind dann diejenigen, an die Sie zuerst denken, wenn Sie dann denken, also wenn Sie denken an Auto zum Beispiel und dann denken Sie, ich weiß nicht, die Professoren an Mercedes und die Studierenden an Volkswagen oder also was immer dort die Klischees sind, die Sie haben mögen. Also jedenfalls, das ist einfach unterschiedlich und wir organisieren, also wir sind kognitiv einfach auf so eine Weise organisiert, sagt uns jedenfalls hier die kognitive Psychologie und die Prototypen sind einfach diejenigen, die besonders gut passen. Und man kann das jetzt so sagen, wenn man das jetzt anschließen möchte, jetzt an die Paradigmentheorie und an die Wittgensteinische Theorie, dann ist die, das kann man sagen, dass die Extensionsabstufung, also das nicht mehr so gut oder so perfekt passend eines Objektes in einen Begriff durch mehr oder weniger große Ähnlichkeit von Beispielsfällen mit Prototypen entsteht. Je näher Sie am Prototyp drin sind, aus irgendwelchen Ähnlichkeitserwägungen, desto eher sind Sie einfach im Zentrum sozusagen der Begriffsbedeutung, wenn man so reden will und dadurch gibt es einfach eine Abstufung des Passens in den Begriff. Man kann sagen, und so ist das auch gemacht worden, ich gebe Ihnen gleich Literatur, dass die Prototypentheorie sich sehr gut als eine empirische Bestätigung und Ergänzung der Paradigmentheorie verstehen lässt, weil Sie über diesen Bezug auf die Prototypen noch diese Graded Structure reinbekommen und dann über die Verhältnisse und sozusagen zwischen zwei benachbarten Begriffen sind eben dann stärkere Unähnlichkeiten und die können Sie auch an den Prototypen ablesen und das gibt einstimmendes, stimmiges Bild. Das ist also von den Begriffstheorien, die jetzt eben auch empirische Befunde ernst nehmen, ist das glaube ich eine jedenfalls von den relativ avancierten, selbstverständlich ist alles kontrovers, aber das scheint mir jedenfalls eine relativ differenzierte und interessante Theorie zu sein. Nochmal, wenn man mit dem Gedanken spielt, das hier könnte richtig sein, dann kann man sich im Rückblick nur wundern, wie diese Definitionstheorie sich so lange erhalten können, dass das überhaupt je jemand geglaubt hat. Das ist eben der Einfluss sowohl hier der antiken Philosophie als natürlich auch das Vorbild Mathematik, das hier eine große Rolle gespielt hat. So, ich gebe Ihnen dazu, weil in der Literaturliste dazu nichts drin war, ein paar Sachen an zu den einzelnen Punkten. Mit Definitionen finden Sie in meinem Logikbuch was, diese von dem obersten Richter, das Zitat finden Sie hier auf einer Webpage, dann diese Zwei- Stufenkonzeption habe ich in dem Buch Systematicity erläutert, dann Wittgenstein, die Stellen sind in philosophischen Untersuchungen in diesen Paragraphen, die Kuhn'sche Sache ist in meinem Buch zu Kuhn, Pardon, kommt da ein bisschen viel Heuningen, dafür jetzt nochmal was anderes, Anderson, Barker und Chen, das berühmte Trio ABC, also Anderson, Barker, Chen, die haben dann verschiedene Aufsätze geschrieben, Barker, Chen, Anderson und auch Chen, Anderson, Barker, haben es immer permutiert. The Cognitive Structure of Scientific Revolutions, das ist ein Buch, das sich auf diese Kuhn'sche Theorie bezieht und eben Cognitive Science dazu nimmt und das dann auch auf der Begriffstheorie verwendet und dort den Roche sehr gut darstellt, also das würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie dort weiter lesen möchten. So, und jetzt fange ich nichts mehr Neues an, haben Sie noch Fragen? Ja? Es geht auch bei einem Zusammenhang zwischen der Entsicherung der Fragen in der Physik in Abgrenzung zu anderen Physik auf der Erde, der Grundlage, wie Sie es um das Ziel zu dürfen. Weil Sie haben ja in der Vorfache gesagt, das ist sozusagen der Ausgangspolitik, also einer der Ausgangspolitik, also einer der ausgangspolitik Ja, also die Frage ist, ob es bei der Entstehung der Philosophie sozusagen Abgrenzungsphänomene gibt gegen andere Philosophien. Das ist mir nicht bekannt, sondern die Abgrenzungsphänomene damals, also so was die Standardstory ist, ist ja vom Mythos zum Logos. Dass das, was dort in Griechenland passiert ist, dazwischen 600 vor Christus, 500, also da ab 600 vor Christus, vor allen Dingen ein graduelles Abgrenzen ist von mythischen Erklärungen. Und die Frage natürlich nach Begründungen einer anderen Art, als es im Mythos üblich ist. Das sind höchst kontroverse Dinge. Der Austausch, jetzt wenn Sie an andere Philosophien denken, denken Sie wahrscheinlich an Indien und China. Und der Austausch, der kulturelle Austausch mit Indien und China, davon weiß ich sehr wenig, sondern die Griechen waren informiert, was die Mathematik anlang, natürlich von Ägypten und Mesopotamien. Wie weit es einen kulturellen Austausch dort gegeben hat, ich weiß zu wenig darüber Bescheid. Ich würde es auch nicht sehen, es würde mir nicht plausibel scheinen, dass das der Anlass war, zu so was wie einer Definitionstheorie zu kommen. Sondern wie das häufig geschildert wird, wird gesagt, was dort bei Sokrates passiert, ist die Entdeckung des Allgemeinen. Das hat was zu tun mit abstrakten Denken. Und das abstrakte Denken, das ist natürlich mit der Mathematik kultiviert worden und auch in anderen Bereichen der Philosophie, da sehen Sie, was so angesetzt wird als grundlegende Prinzipien, des Seienden, der Erkenntnis. Da werden vermehrt, wenn Sie da die Jahrhunderte durchlaufen, abstrakte Dinge kommen da in Frage. Also man wird irgendwie, man gewöhnt sich dran oder eben entdeckt irgendwie das Abstrakte jenseits des Konkreten als etwas, was zum Verständnis der Welt entscheidend sein kann. Und in diese Bewegung, also das sehen Sie zum Beispiel bei den Prinzipien, die ersten Prinzipien, die klingen dann noch relativ konkret, also das Wasser und dann kommt einer und sagt, das Prinzip ist das Unendliche. Also was immer das dann genau das Aperon, was immer das auch genau heißen soll, auf jeden Fall sehen Sie eine Bewegung, dass dort die Griechen beginnen zu spielen, also zu benutzen, abstrakte Vorstellungen. Und nicht das Konkrete, nicht diese konkrete Götterwelt und so Sachen, sondern es beginnt dann etwas, die Entdeckung des Abstrakten, die Entdeckung des Allgemeinen. Und wenn man das nimmt und sagt, das ist etwas, was dann auch in die Begriffstheorie eingegangen ist, nämlich die Entdeckung, dass es hinter der Vielfalt der einzelnen Objekte, die unter einen Begriff fallen, sowas gibt wie eine abstrakte Bedeutung. Und dass die eigentliche Philosophie, also bei Sokrates ist das eben so, da gibt es viele von diesen Dialogen, wo er mit Leuten redet, was ist die Tugend, was ist die Gerechtigkeit, und dann kommen die Leute mit Beispielen, dann gibt Sokrates die ironische Antwort, ja, ich habe nach einem gefragt, wie toll, dass du mich beschenkst, dass du mir gleich mehr gibst, ich will aber wirklich nur eines, möchte mir eine Definition haben. Ich möchte den Logos oder die Begrenzung dieses Begriffes haben und da die Vorstellung, dass eben hinter der Vielfalt etwas Ordnendes, Einfaches, Abstraktes steht. Und das ist für die Mathematik ja auch extrem wichtig. Also ich meine, die Mathematik, es ist kein Zufall, dass in der Mathematik Sie niemals einen neuen Begriff einführen dürfen, ohne dass Sie ihn definieren. Sie müssen eine formal korrekte Definition geben. Und die Disziplin der Mathematik lebt davon. Und die hat auch ihren ganz großen Sinn, weil in dem Moment, wo Sie Sätze formulieren, aber insbesondere, wenn Sie Beweise dann machen, dann kommen, wenn die Begriffe vorkommen, dürfen Sie die Definitionen verwenden, müssen Sie sogar. Sie dürfen nichts anderes als die Definitionen verwenden. Also die hohe Disziplin, die Sie in der Mathematik haben, die natürlich platonisch und auch schon vorher bei den Pythagorea natürlich ein großes, also ein unglaubliches, man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, wie die Leute beeindruckt gewesen sein müssen, durch die Möglichkeit der Mathematik. Und dass das Pate gestanden hat dann eben, dass man das Abstrakte suchen muss und dass dort sozusagen die eigentlich philosophisch zu entdeckenden Geheimnisse sind. Und dass das auch ausgedehnt auf die Begriffstheorie und dann bisweilen ja auch ganz gut funktioniert, auch wenn, muss man natürlich auch sagen, viele dieser platonischen Dialoge ja in der sogenannten Aporie enden. Also dann reden wir lang und dann am Schluss sind alle erschöpft und gehen nach Hause. So wie Sie jetzt dann und wir sehen uns aber die nächste Woche. Für die, die die Klausur schreiben, ja, und ansonsten übernächste Woche machen wir noch Wissenschaftstheorie. Ich wünsche Ihnen eine gute Klausurvorbereitung, den anderen eine erholsame Woche und wir sehen uns dann.